Im Tagesgespräch begrüße ich jetzt Manuel Höferlin, den digitalpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Höferlin, Idylle auf dem Land ist das eine, wenn man dann sozusagen abgehängt ist, ist es das andere. Wie lange werden denn solche Menschen noch drauf warten müssen, bis sich da das letzte Funkloch schließt? Oder wird sich das vielleicht sogar nie schließen? Also ich glaube, man kann den Menschen nicht erzählen, dass sie in Zukunft abgeschnitten sein werden von den Kommunikationsnetzen der Welt. Das Internet muss überall verfügbar sein. Und um den viel zitierten Satz zu sagen, natürlich brauchen wir Funknetz an jeder Milchkanne, zukünftig auch 5G. Weil man sieht ja auch in Fischbach oder gerade in Fischbach, in solchen Orten brauchen Unternehmen, Unternehmer, Händler, Privatpersonen Zugang zum Netz. Wie soll das finanziert werden? Naja, es ist ja so, dass es derzeit in dem LTE- oder 4G-Netzwerken Lücken gibt. Weiße Flecken, graue Flecken, wo nur ein Anbieter vorhanden ist. Und wir haben als Freie Demokraten zum Beispiel den Vorschlag gemacht, dass es Gutscheine gibt von denjenigen, die gerne bei sich ausgebaut bekommen möchten. Also von unten heraus sozusagen zu fördern, dort wo Bedarf ist. Und wenn Unternehmen zum Beispiel in einem Gewerbegebiet, das passiert leider auch noch immer, dass dort schlechte Mobilfunkversorgung ist oder auch sogar noch schlechte Festnetzversorgung, dass dort eben von unten herauf Gutscheine eingelöst werden können und somit Förderung an den richtigen Stellen entsteht. Und ganz am Ende dort, wo ausgeschrieben wurde zum Beispiel im Mobilfunkmarkt und sich gar keiner anbietet, dort mehr auszubauen. Dort muss man dann auch als letzte Chance mit kommunalen Eigenbetrieben ausbauen, mal einen Mast bauen und die Leistung dort vermieten. Das hieß Sie aber doch mehr staatliche Gelder, sowohl für diese Gutscheine als auch für, Sie sagen, kommunaler Eigenausbau. Das Prinzip haben wir ja schon immer im Breitbandausbau gehabt. Uns war schon immer klar, dass es Bereiche gibt, in denen genug ausreichend Kunden da sind, die das refinanzieren. Und es gibt eben auch Bereiche, in denen ist das nicht der Fall. Und dort gab es auch schon immer Förderungen. Die Frage ist, wie klug baut man diese Förderungen? Oder baut man, so wie in den vergangenen Jahren von der GroKo geschehen, alte Kupfertechnologie neu aus, die nicht zukunftsfähig ist? Ich denke, es ist eine sinnvolle Methode, auf Glasfaser zu setzen, von unten heraus aufzubauen. Und in Zukunft wird es dann eben auch hoffentlich mehr Netz dort geben, wo die Menschen das wollen und brauchen. Kommen wir zu dieser Auktion heute. Da hat es ja Auflagen oder gibt es Auflagen für Firmen, die die Lizenzen ersteigern werden. Die haben dagegen geklagt. Wie ist denn Ihre Haltung zu dem Thema Auflagen? Also grundsätzlich wundert es mich nicht, dass die Telekommunikationsunternehmen klagen. Das müssen sie schon tun, wegen ihren Beteiligern. Die Aktionäre, glaube ich, erwarten, dass man alles auch probiert, dort dagegen vorzugehen, um die beste Chance zu kriegen. Das ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Die Kombination, dass 5G, der ja mit Flächenausbau und LTE-Funklächern gar nichts zu tun hat, mit 4G-Auflagen verbindet, darüber kann man streiten, ob das so klug ist. Was ich wirklich kritisiere, ist, dass es kein abgestimmtes Konzept für eine Gesamtstrategie gibt. Es gibt 4G, 5G, Breitbandausbau und, was wir auch brauchen, ist schneller 5G in der Fläche. Wir diskutieren auch derzeit immer wieder von Haushalten, 99, 98 Prozent der Haushalte. Dabei ist 5G nicht das Netz, mit dem man telefoniert, sondern es ist das Netz, mit dem Maschinen, Geräte miteinander kommunizieren. Und gerade bei 5G-Netzen brauchen wir Flächenversorgung, weil der Trecker auf dem Feld, der ans Netz angeschlossen sein möchte, eben nicht einen Haushalt mit sich rumschleppt. Deswegen ist der Maßgröße-Haushalt falsch. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen besser werden und es muss besser abgestimmt werden. Das vermisse ich bei der Bundesregierung besonders. Es gibt keine abgestimmte Digitalpolitik. Das sieht man bei der 5G-Versteigerung wieder sehr deutlich. Kommen wir mal zum Stichwort Huawei, Stichwort China. Viele haben ja Angst, dass das jetzt sozusagen ein Einfalltor ist, für die Chinesen da bei uns zu spionieren. Wie sehen Sie das? Naja, in den jetzigen Funknetzen sind Huawei-Technologien en masse verbaut. Es wundert mich, dass man jetzt darüber die Diskussion in der Bundesregierung so intensiv führt. Es ist völlig richtig, wenn wir kritische Infrastrukturen haben und die Mobilfunknetze der Zukunft werden kritische Infrastrukturen sein, weil alle anderen Kommunikationsstrukturen, die wir für Notfälle bereitgehalten haben in der Vergangenheit, Sirenen oder UKW-Radios, werden zunehmend abgeschafft. Das heißt, wir werden in Zukunft auch kritische Infrastrukturen haben für Krisenfälle. Und da ist es schon relevant, dass sie a. immer verfügbar sind und b. dass die Informationen, die dort auch staatlicherseits vielleicht transportiert werden, vertraulich kommuniziert werden können. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es richtig, anbieterneutral Regeln festzusetzen, die erfüllt sein müssen. Und die müssen sowohl Huawei als auch Cisco einhalten, aber natürlich auch die europäischen Hersteller wie Ericsson oder Nokia. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, allgemeine Regeln festzulegen. Daran müssen sich alle messen. Das Amt für Strahlenschutz hat sich jetzt gemeldet. Es hat jetzt nicht direkt vor Gesundheitsgefahren gewarnt, aber es wären da noch offene Fragen, so wurde es, glaube ich, formuliert. Haben Sie da keine Angst, dass da in weiterer Zukunft vielleicht irgendwas auf uns zurückfallen würde, was jetzt noch gar nicht getestet werden kann gesundheitlich? Ja, das ist die allgemeine Technologiefrage, die wir immer haben, wenn sich eine neue Technologie breitmacht. Ich finde es richtig, dass man Gefahren untersucht. Ich glaube, man darf es nicht panisch sehen. Bei Funkmasten ist eines klar, wer weniger Strahlung in der Fläche haben möchte, muss mehr Funkmasten bauen. Was im ersten Moment komisch klingt, ist völlig klar, weil wenn man weniger Funkmasten baut, müssen sie stärker strahlen. Und im nahen Umfeld des Masten entsteht dadurch eine stärkere Strahlung. Und wenn man mehrere Masten baut, strahlen die mit weniger Leistung und erreichen trotzdem alle. Also wir müssen uns als Gesellschaft klar werden, was wollen wir für eine Infrastruktur haben, wie wollen wir in Zukunft kommunizieren. Und wenn jeder auf mobile Kommunikation verzichtet, brauchen wir keine Funkmasten mehr. Lassen Sie uns noch mal einmal, wo ich Sie gerade da habe, sozusagen zum Thema Uploadfilter sprechen. Sind Sie zufrieden mit dem, was da aus der EU jetzt beschlossen wurde? Die Freien Demokraten sind da explizit dagegen. Wir haben das auch kritisiert. Ich halte die Lösung, so wie sie jetzt vorliegt, für nicht geeignet. Sie ist nicht nur eine Gefahr für Zitierungen, für Satire, von Verwenden, von Weiterverwenden, von auch Werken, sondern sie ist auch extrem innovationsfeindlich, weil gerade junge Unternehmen eigentlich keinen Anreiz haben mehr, in diesen Bereichen aktiv zu werden im Netz. Wir reden immer davon, wir wollen deutsche Unternehmen haben. Das nächste Google, das nächste Facebook muss aus Europa kommen, höre ich aus der Bundesregierung. Und gleichzeitig setzt man sich als Bundesregierung auf europäischer Ebene für so etwas ein, wo es eine Drei-Jahres-Frist gibt und dann fällt man da voll und runter. Und auch der Vorschlag der CDU hierzulande ist nicht zielführend. Wie soll das funktionieren? Eine Insellösung für Deutschland. Bei einer Frage, die wir endlich europäisch aufstellen wollen, glauben wir ernsthaft, Unternehmen wie Google oder Facebook machen dann für Deutschland eine andere Regelung. Ich glaube, das ist einfach die Panik, die junge Wähler zu verlieren. Die SPD lästert darüber, hat aber mit ihrer Justizministerin Barley das selbst in Brüssel verhandelt. Auch da erkenne ich einfach wieder, die Bundesregierung ist bei Digitalpolitik schlecht aufgestellt. Ich finde, man sollte jetzt konsequent, und das fordere ich auch die SPD- und CDU-Abgeordneten, CSU-Abgeordneten auf, in Brüssel dagegen stimmen, das ordentlich verhandeln, damit es eine europäische Gesamtlösung gibt. Manuel Höferlin war das, der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.